Das ist die Mailbox von Lidia und Lima. Wir sind derzeit nicht erreichbar, weil wir uns aktuell in Vollzeit auf einer Europatour mit unserem Homemobil befinden. Wenn du mit uns in Kontakt bleiben und die Reise mitverfolgen möchtest, hinterlasse uns bitte unten eine Nachricht. Let's go! Bevita, ich werde dich töten, wenn es nicht wert ist. Ich stehe nach zwei Stunden mit 15 Meter. Bevita, ruhig. Die Kinder sind nicht in Venn, wenn es regnet ist. Aber sonst haben sie nie Probleme mit dem Venn. Ich bin in Venn. Ich bin in Venn. Ich bin in Venn. Ich bin in Venn. Wir sind in Lublan. Ich bin in Venn. 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 Das ist ein kleines, das ist sehr, super touristisch. Musik 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 Best day ever Musik Super sport Adventure sport To do the laundry We must not be here Shhh 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 Crazy We are here in Ungarn We are here in Ungarn We are here in Ungarn And it looks like It looks like Bulgarian Yes It looks like It looks like It looks like Let's see What we find I have a lot of tips for you So cool But it's awesome Okay Perfect Just came on tips Yeah but the cool thing is When we were driving And I told you about This is the best If you have some locals What I was talking about Yeah And then you came like an angel You know it happened with me so many times In so many places Like somebody was helping me out Awesome Because whenever Like I'm traveling alone And whenever you travel alone You don't know anything Yeah No smartphone No google maps And I'm traveling like one year like this So you can understand Yeah The story So beautiful Look here's a guy Bye wir sind in ungarn und wir haben nur 24 prozent batterie oder 23 kronen wir haben einen mann kennengelernt also er kommt aus ungarn und er hat uns gezeigt dieser ort das ist so ein so wie terme ein paar hundert metern dort gibt es so wie ein spa du musst bezahlen und so und hier ist die kostenlose zone und das wasser ist so 28 grad gleich ungefähr draußen ist nicht so warm deswegen bin ich schon rausgekommen weil es war schon frisch nach dem warmes wasser und ja wir haben ein bisschen hier gechillt mit leute von hier also viele leute kennen diesen ort nicht überhaupt nicht touristisch deswegen es war nice und danach gehen wir nach hause und morgen sehen wir mal und und Untertitelung. BR 2018